Kekse wie gemalt. Viel zu schade, um sie zu essen. Diese Kekse kommen direkt aus dem Himmel, genauer gesagt aus der himmlischen Bäckerei in Hünfelden-Dauborn. Willkommen in der himmlischen Bäckerei. Den Teig hat Sandra Jaspert schon ganz früh gemacht. 15 Minuten im Ofen und dann werden aus den Plätzchen wahre Kunstwerke. Alles Handarbeit und alles eigens entworfen. Deshalb nennt sich Sandra Jaspert auch Keks-Designerin. Meine Tochter ist Mediendesignerin und sie sagte einmal, Mama, es entstehen immer wieder neue Designs, die du entwirfst. Ich würde schon sagen, dass du eine Keks-Designerin bist und so ist der Name geblieben. Vor 25 Jahren ist Sandra Jaspert vor dem Jugoslawien-Krieg nach Deutschland geflüchtet. Hat in der Krankenpflege angefangen, den Job macht sie heute noch. Ihre Patientinnen sind ihre wichtigsten Fans und Inspiration zugleich. Ich bin sehr dankbar für kostbare Tipps, die sie mir immer wieder gegeben haben. Über die Farbe, über den Geschmack, sie haben es immer wieder getestet. Am Anfang habe ich sehr viele Kekse verschenkt, einfach mal zur Verköstigung und zum Testessen. Und sie haben mir immer ein ehrliches Feedback gegeben. Mit Keksen hatte die zweifache Mutter eigentlich bis vor sieben Jahren nie etwas zu tun. Höchstens mal eine Torte für die Familie hat sie gebacken. Seit 2016, da habe ich sie zum ersten Mal in einer Backzeitschrift gesehen. Und ich habe gesagt, ich werde sie einfach mal nachbacken. Für eine Weihnachtsfeier, so kleine Tannenbäumchen gemacht. Daraufhin habe ich von einer Freundin, die dabei war, 400 Stück für eine Hochzeit backen dürfen. Und dann kamen immer mehr Aufträge. Die Leute wollten ihre Kekse haben. Für Hochzeiten, Geburten, Geburtstage, Firmenjubiläen. Die waren so begeistert. Und ich war gerade zu dem Zeitpunkt auch auf der Suche, mich neu zu entdecken. Man kommt im Leben an einen Zeitpunkt, wo man merkt, da geht noch was. Das ist nicht alles. Kunden können sich Anregungen holen in der Küche von Sandra, ihrem Showroom. Silvana Löw-Willems ist die Social Media Managerin der Kreissparkasse in Limburg. Sie hat Kekse bestellt für eine Veranstaltung. Das ist ja jetzt das Motiv als Kamera. Das passt ja auch zum Social Media Bereich. Und ja, wir fanden das total schön, wie die Sandra die Kekse kreiert. Und wir wollten auf jeden Fall auch den Rotton von der Sparkasse drin haben. Und jetzt hat sie das Motiv umgesetzt. Und das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Die Backstube und der Showroom sind im Haus von Sandras Familie. Sie wohnt oben drüber. Die Kekse sind mittlerweile ihre Passion. Sogar nachts träumt sie davon. Die Ideen sprudeln nur so, dass praktisch ist. Wir leben hier im Haus, wo die Backstube ist. Und wenn ich nachts eine kreative Idee habe, dann kann ich runterkommen und gerade mal testen. Und dann kann ich mich direkt austoben. Sandra hat mittlerweile volle Auftragsbücher. Bis Weihnachten ist sie ausgelastet mit Bestellungen. Also besser ein halbes Jahr vorher bestellen bei ihr. Die Kekse kosten je nach Aufwand zwischen 2 und 20 Euro pro Stück. Aber dafür kommen die aufwendigen Kreationen direkt aus der Bäckerei im Himmel. Das ist eine Kekse. Das ist eine Kekse. Untertitelung des ZDF, 2020